Aber Mensch, ne? Das ist schon die letzte Welt hier, glaube ich. Also wenn ich richtig gut bin, werde ich hier heute sogar noch fertig. Heißt dieser Ort echt Megadeath? Megadeath Bypass, wow. Ich möchte eigentlich nichts penetrieren, was härter ist als Fleisch, you know? Mein lieber Doktor, aber... Gut. Bomb-Barrier? Au. Das reicht mir allein für diese Schuss-Fan-Piction, die ich schreibe. Das geht auch leichter. Oder? Bomb-Barrier, mein Arsch! Ich würde es in dem Kontext nicht so beschreiben. Ja. Hast du diese Dinger nicht können? Bomb-Barrier? Das Schlimme ist, ich weiß jetzt nicht mehr, was er mit Bombenbarriere meint. Ich kann mich jetzt an keine solcher Fähigkeiten erinnern. Und ich meine, wenn er mit Barriere meint, ich soll Homing-Bomben auf die Dinger schmeißen, meine Güte, das kann ich ja auch. Das dürft ihr ja auch noch hinkriegen. Welchen kriege ich denn jetzt noch? Stimmt, zwei Fähne noch und zwei Vusionen. Just bash him. Ach, das Ding, Pox! Pox! Das Ding klingt total doof manchmal. Es gab in Japan irgendeinen Typen, der dafür bezahlt wurde, sich diese Dinger auszudenken. Poxu! Poxu! Da hat er noch gesungen, halt so von wegen, dass Mädels weiße T-Shirts tragen, oder? Ja, das... Das hab ich gefunden. Oh. Bodo... Bodo Warke. Nochmal wie? Bodo Warke. Ich werf's einfach mal in die Konfi rein. Wusste, irgend so was war doch da. Yikes! Es ist einfach cool, dass man die Dinger fernsteuern kann. Das macht irgendwo Spaß. Warum töte ich Geld? Kann ich das Geld nicht lieber mitnehmen? Ich könnte das viel lieber so gebrauchen. I mean, seriously, warum muss man Geld zerstören? Ich kann's einfach... Es lebt, aber meine Güte, Geld ist Geld. Am I right? Wobei ich's mir gerade witzig vorstelle, wenn du versuchst, an der Kasse zu bezahlen, während das Geld noch lebendig ist. Mein Sohn, nein! Kasse schließen. Jedes Mal, wenn du die Kasse aufmachst fürs Wechselgeld, springt dir so ein... ...so eine Centmütze entgegen und will dich umbringen. Neuheit! Draußen ist Mord! Wieder mit dem Kapitalismus! Draußen ist Mord! Jetzt stell dir mal echt vor, es gäbe so... ...so Münzen mit tatsächlich Leben, ne? Um zu angeschliffenen Kanten, die die versuchen aufzuschlitzen. Moment, du bist eine Münze und du bist Kapitalist? Kapitalist? How does that work? Also sie hält Sklaven? Du Pimmelbagging. Naja, streng genommen, bei lebenden Geld müsste Kapitalismus eigentlich Sklaverei sein. Ich mein, du hältst dir Geld. Alter, scheiße, wenn man das mal so betrachtet, ist das voll wicked. Also müssten sie alle Kommunisten sein, die normal ticken. Alter. Groß Lenin! Alter, hol that some deep shit! Das Känguru wäre stolz drauf. Ich weiß. That is some deep shit, hol. So, was gab's denn hier? Ach ja! Box! Das Ding ist toll. Big Box. Genau. Masochistisches Geld. Benutz mich! Und am Geldautomaten, schieb mich rein. Oh Gott. Gib's mir hart mit der Münzrolle. Halt, warte mal. Wäre dann, wer technisch gesehen denn nicht masochistisches und sadistisches Geld ein und dasselbe? Benutz mich! Benutz mich! Du hast nicht mehr so viel! Benutz mich! Das wäre genau dasselbe! Darum bin ich gegen. Wieso haben wir solche Gedanken hier? Du hast damit angefangen. Du bist schuldig. Gut, dass ich auf der Hälfte nicht zugehört habe, weil ich Fanfix schreibe. Masochistisch. Sadistisches Geld. Jetzt weiß ich nur nicht. So eine Münzrolle schiebe ich dir jetzt unter Safersex oder Bondage? Beides. Ah, kommt drauf an, wie viel man in eine Rolle stopft. Eigentlich ja, ne? Dann ist das unter anderem entweder ein Gangbang oder was ganz anderes. Massengeldhaltung. Das ist es auch. Meine Güte, gibt das viele Gründe. Ist dann eigentlich so eine Bankkarte sowas wie die Matrix? Ich meine, du hast virtuelles Geld. Was ist Paypal dann? Hm. Ihr habt euch selber dazu entschlossen, hier zuzuschauen, Leute. Jetzt lebt mit den Konsequenzen. Lebt damit. Das ist die Falsche. Ach, shit. Wo muss ich denn jetzt hier... Warte mal, muss ich da runter? Das ist die Falsche. Verdammt Ich hab grad mal wieder Schreibschrift geschrieben Es sieht aus, als wäre ich wirklich so eine Grundspielerin So wie meine Schreibschrift aussieht Ja, weil kein Schwanz mit Schreibschrift arbeitet Oh Mann Okay, ich spinne jetzt mal den Gedanken weiter Hm? Als man damals den Euro eingeführt hat Sind die ganzen D-Max-Stücke da gesessen Und haben geprüllt, die Ausländer nehmen uns eure Jobs weg Ja, ha, 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 ha Was? Klauen unsere Jobs Klauen unsere Jobs Klauen unsere Jobs Klauen unsere Gang Und überhaupt alles Nehmen wir uns unsere Jobs weg Wieso kommen wir immer auf solche Ideen? Körs angegangen Technisch gesehen hat das Spiel angefangen Ja, aber du hast es ins Rollen gebracht Gib nicht dem Spiel die Verschuldung dafür Ich habe es ins Rollen gebracht Ich habe das Geld ins Rollen gebracht Ich liebe diesen Job Wenn ihr dafür sorgen wollt, dass er die Schnauze hält Bewerf den mit Kleingeld besser hält Funktioniert immer Das ist keine Anstiftung zu irgendwas Das ist nur ein gut gemeiner Rat Nein, 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 nein Das ist keine Anstiftung zu irgendwas Das ist süß, richtig Du, Juni Ich dürfte heute generell zu nichts an Was die irgendeinen Vorteil oder Lebensfreude gibt Ja, ja, ja Bäh Okay, da steht noch so ein Arschloch Okay, warte mal Den wähle ich so aus, weil ich seine Stimme mag Wo ist er? Ich könnte auch ihn hier nicht Genau Das hat Perf gemacht Das hat Perf gemacht, Chef Das ist immer noch zu warm, Chef Ach, shit, stimmt Der Aal hat ja auch eine Vusion Fusioniert den Aal Was ist mit den Wal? Wer darf wählen? Der hat irgendwas mit Qual Maximum amount an Bomben und Homing Bombs Nice Maximum effort Maximum effort Special You are special Du bist nichts weiter als ein Clown Der sich wie ein Sexspielzeug verkleidet hat Du bist so düster Sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum kommst Ja Man kann sich so einfach glücklich machen Werzeit bist du? Ich bin Batman Voll solltest du? An den nächsten Miniboss, der kommt, dann erinnere ich mich noch Der war ein bisschen weird, soweit ich mich erinnere Er war Mini Er war Mini Mini Ich hoffe, ich bin so Mini Mal mich an Ich habe noch nie einen von diesen verkackten Animal Crossing Teilen gespielt und habe es auch nie vor, aber diese Animation lässt mich nicht in Ruhe Ist Schlimm, ne? Hm? Mal mich an! Okay Oh mein Gott! Ich hasse dich, du besuchst mich nicht Du bist du Mini Doktor, der Patient hat Krebs Boom! Zombie Krebs! Zombie Krebs! Oh, das waren so ein paar legendäre Videos Oh ja Aus den frühen 2000ern Oh nein Oh nein I remember Simba Oh, der Boss ist ätzend Ah, du bist doch das Bombermännchen Der Bomberböbel Ich bin Bomber Elite Es sieht so aus, als ob ich der Liedler der Bomberböbeln bin Um demnächst von Hasbro's Bomberman Afghanistan Edition Alter Ist was? Oh, der Boss ist eigentlich voll nervig Schmeißt selber mit Bomben Kann die Scheiße teleportieren Und tauchen die ein andermal wieder auf Okay Der Boss ist Hallo Oh Junge Der Stream ist gerettet Das überhypte glückliche Mädchen ist da Ja, mir geht's halt gut Das ist auch gut so Yes Oh, es ist halt überhypt und gut gelaunt Das bin ich ja so oder so Aber Ich hab heute Ich hab heute was ganz verrücktes gemacht Okay Also neben dem Fakt, dass ich Tell me Okay Also neben dem Fakt, dass ich dann Grundsätzlich irgendwie guten Tag hab War einfach irgendwie Keine Ahnung Der Tag war nicht so stressig Schönes Wetter Hab trainiert Hab geduscht Alles gut So yay So motiviert So hab ich heute was ganz komisches gemacht Und zwar Hab ich mir heute Ein Sommerkleid gekauft Du hast den Kleid gekauft? Ja Fotos Fotos Vivi Send mir Fotos Ich will Fotos sehen Ich hab bisher nur eins gemacht Ich glaub das nämlich vorher auch nicht Okay warte Ich send das in die Kunde Lass ihr uns vereinigt sind Ein sehr großes Herren T-Shirt ist kein Kleid Nein, 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 nein Es ist wirklich ein Kleid Es ist wirklich ein Kleid Das Ding ist Ich hab Ähm An sich Das war eigentlich Nanas Idee Die war Sie war halt mit Mama da im Laden Und hat dann halt dieses Kleid gesehen Und sie hat instant gesagt Das Kleid, das würde Vivi anziehen Dann hat sie mir gesagt Vivi, ich habe ein Kleid gesehen Das würdest du anziehen Dann habe ich sie erstmal ausgelacht Weil in der Regel hasse ich Kleider Ich mag keine Kleider Entweder sie sind zu kurz oder zu eng oder unbequem Oder haben einen riesen Ausschnitt Und ich finde es mega kacke Aber dann sind wir eben gerade Da früher hingefahren Weil Mama dann so meinte Hey Hier Guck mal, wir können uns das doch mal vorher angucken Du schaust dir das an Und wenn es dir gefällt, wir nehmen das mit Ich so, okay, meinetwegen Zuvor hatten sie noch irgendwas erwähnt Von wegen hier mit so Rot-Blau und so Schmetterling und Blumen Und ich so, okay Also mein Ding ja Rot-Blau Wann schon halt meine Farbe Dann hörte ich Schmetterlinge Und ich dachte so Okay, ich mag Schmetterlinge Das sind coole Tiere So Und dann Sind wir dahin Und ich sehe dieses Kleid Und ich denke mir so Okay, das ist eigentlich gar nicht schlecht So Und das erste, was ich gemacht habe Als ich zu Hause war Ich habe das Ding angezogen Und es hat instant gepasst Und ich dachte so Ist das so real life? Was passiert hier? Ist das just Fantasy? Hm Warte mal, ich muss kurz das Bild suchen Wenn ich ganz kurz nochmal anmerken darf Dieser Boss ist an sich richtig asozial Wenn du hier einmal stirbst Hast du ein richtiges Problem Weil schlicht und ergreifend Dieser Move eben gerade Den sie gerade benutzt hat Wo sie sich Wo sie dich an sich ran zieht Kann richtig böse enden Wenn du nicht genug Speed hast Wenn du nämlich ganz genau Volles Ja, volle Laufgeschwindigkeit Das sei mal Kommst du noch weg? Aber alles da drunter You're almost dead Als ob sie sich sagt so Oh, why, 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 move? Shinteru Und dann ist Nani Genau Und dann ist Ende Be careful So Nana, ihr blöden Japaner Ah ja, nicht wundern Hier auf den Foto Was ich gleich reinschicke Also man sieht jetzt nicht Das gesamte Kleid bis zum Boden Das geht wirklich bis zu den Füßen Ähm Ich, das ist jetzt Ja, es ist halt so eine Art Halb-Selfie Weil Nana für mich das Selfie gemacht hat Deswegen Nicht wundern Wegen der Nana-Fotobombe Auf dem Warte Äh, so Dead Dann geht's erstmal schön Auf dem Fanserver gepostet Da auch so sehen Das sieht echt süß aus Ja, steht hier Es ist besonders auch mega bequem Es ist mega toll Ich trag das gerade immer noch Und es ist auch so richtig schön Mega lang Es geht mir wirklich bis zu den Füßen Und Es ist auch mega leicht Und mega schön fluffig Und ja Und es ist rot und blau Also ich denke ja Es ist schwarz Und irgendwie Blume Äh, Nana-Nana-Nana Arbulée Du bist da